Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update Video hier auf meinem YouTube Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich hoffe euch allen geht's gut. Ihr habt alle den gestrigen Tag bzw. die Nacht gut überstanden. Momentan traden wir bei ungefähr 31.500 US-Dollar. Wir hatten einen ordentlichen Crash. Was jetzt weiterhin passiert bzw. welche Kurse ich jetzt noch von ausgehe, das schauen wir uns in einem jetzigen Video an. Ansonsten lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen und auf jeden Fall auf die Glocke drücken. Ansonsten, wie gesagt, momentan bei ungefähr 31.000, ja sogar 600 US-Dollar. Wir erholen uns langsam wieder, sag ich mal, von einem Crypto-Crash von gestern. Wir sind heute Nacht zeitweise nochmal unter 30.000 US-Dollar gefallen. Es war jetzt nicht mehr verwunderlich. Ich habe ja gestern noch ein kleines Update reingehauen. Sobald wir hier diese Zone durchbrochen haben bei ungefähr 32.000 hier unsere 4 Stunden Demandzone, wo gleichzeitig noch ein kleineres Void war, war sehr wahrscheinlich, dass wir einfach nochmal die 30k antesten. Und dafür gehen wir jetzt einfach mal kurz in diesen Zeitraum letztes Jahr im Juli. Das war für viele, die mich schon seitdem, sag ich mal, verfolgen, das war der Moment, wo ich damals gesagt habe, okay, ich shorte diesen Abtrend, nachdem ich nicht dran geglaubt habe, dass wir so nach oben ballern. Aufgrund auch dieser Voids, die hier in diesem Bereich waren. Also man sieht es hier ganz gut, ich habe mir damals noch diese ganzen kleinen 4 Stunden oder 1 Stunde Demandzone hier eingezeichnet. Und da seht ihr ganz gut, wir hatten hier ein ordentliches Void. Es ging bis circa 32.300 US-Dollar. Da war auch noch diese 4 Stunden Demandzone. Plus die ging bis ungefähr 31.400 US-Dollar. So, und dann hatten wir die nächsten 2 Voids. Und das war auch dann der Grund, warum wir nochmal knapp unter 30.000 US-Dollar gefallen sind. Dann hatten wir unten diese Unterstützung, wo wir konsolidiert sind. Und dann kam der Pump. Und genau in dieser Zone sind wir jetzt einfach wieder erst einmal gebounced. So, ist das nachhaltig? Wage ich momentan noch ein bisschen zu bezweifeln. Wir gehen mal ganz kurz in den 15-Minuten-Chart. Da können wir sehen, okay, wir hätten jetzt hier so ein kleines Inverse Head & Shoal. Das ich würde es ganz ehrlich nicht überbewerten. Was mich ein bisschen stutzig noch macht, vor allem auf den kleineren Time-Fliss, 15 Minuten. Klar, okay, wir hatten heftiges Abverkaufsvolumen. Das war diese Candle mit diesem Wig. Da war schon wieder klar, okay, wir gehen auf jeden Fall nochmal eine Etage tiefer, weil hier schon wieder ein Haufen Leute long gegangen sind. So, dann sind wir über Nacht ein bisschen konsolidiert. Dann dieser Abverkauf hier unten in diese entscheidende Phase. Was mir hier wiederum ganz gut gefällt. Einerseits, wir haben abfallendes Kaufvolumen. Das heißt, so viel Volumen ist noch nicht in den Markt gekommen. Also so eine Riesen-Candle. Heißt, hier unten ist erstmal nicht so viel passiert. Also so viele Longs aufgemacht worden. Also wir gehen jetzt in dem Video mal ein bisschen ausführlicher ein. Also nicht wundern, wir machen jetzt hauptsächlich wahrscheinlich nur Bitcoin. Die Altcoins pumpen zwar auch ein bisschen, aber da würde ich mich noch ein bisschen fernhalten. So, auf jeden Fall 15-Minuten-Chart. Kann ich mir trotzdem nochmal vorstellen, dass wir hier nochmal diese kleinen Stop-Losses hier unten vielleicht nochmal abjagen. Vielleicht nochmal knapp unter 30k auf jeden Fall kommen. Heißt, wir gehen hier nochmal in diese kleine Demand-Zone. Konsolidieren hier vielleicht noch ein bisschen und versuchen dann hier ein Breakout. Das ist jetzt erstmal so auf den kleineren Time-Frames. Was ich mir auf jeden Fall vorstellen kann. So, jetzt gehen wir mal ganz kurz in den Daily-Chart. Und schauen, wo sind wir denn jetzt überhaupt gebaut. Also wir haben hier noch eine kleine oder eine etwas größere Daily-Demand-Zone. Das heißt, wir hätten auf jeden Fall noch Potenzial bis ungefähr 29.200 US-Dollar. Um nochmal einen Abverkauf zu bekommen, ohne dass sich irgendwas ändert. Also momentan ist immer noch die Hoffnung, okay, wir bilden ein höheres Tief. Wenn wir jetzt mal das außer Acht lassen. Aber momentan sieht es noch gut aus. So, dann ziehen wir uns mal das FIP-Level. Von unserem Corona-Crash hier bei 3.700 US-Dollar circa. Bis zu unserem All-Time-Hyper ungefähr 69.000 US-Dollar. So, und da können wir sehen, unser Fibonacci-Retracement-Level beginnt bei knapp über 29.000 US-Dollar oder knapp 29.000 US-Dollar und geht bis 26.000 US-Dollar. Heißt, wir haben auf jeden Fall noch Luft bis 26.000 US-Dollar, wo wir nochmal bouncen könnten. Das heißt, strategiemäßig, wer da jetzt long ist, auf jeden Fall ein Stop-Loss hier. Also je nachdem, ob ihr einen Swing-Trade macht oder kurzfristige Trades oder sowas, kann ich mir einen WIG auf die 26.500 US-Dollar auf jeden Fall nochmal vorstellen. Hier liegt auch die nächste größere Unterstützungszone. Und danach sieht es dann erst einmal übel aus. Danach würden dann die 24k folgen und dann die 20k. Wobei ich davon momentan noch nicht ausgehe. Wir holen uns jetzt momentan erstmal, vielleicht kriegen wir auch ein Turnaround Tuesday. Nach diesen Abverkäufen, die wir gestern hatten, auch mit dem Volumen im Endeffekt. Also ihr seht es hier ganz gut, das Abverkaufsvolumen war schon relativ hoch. Aber gut, müssen wir mal schauen. So, also das ist jetzt erstmal wichtig. Die Daily Demand muss halten. Wenn nicht, gehen wir wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich in Richtung 26k, wo auch hier drüben nochmal eine kleinere Demandzone, die können wir jetzt auch mal hier einzeichnen. Die liegt dann hier auch noch genau darunter. Das heißt, wir haben hier erst einmal noch Support. Heißt jetzt nicht, dass wir jetzt gleich sofort darunter gehen, aber wir müssen die nächsten Tage beobachten. Ansonsten wäre es wichtig, vielleicht sowas wie hier drüben zu bekommen. Jetzt nicht wieder gleich so ein WIG, dass wir instant aufgekauft werden und auf 38k oder sowas gehen. Sondern jetzt ist erstmal wichtig, Stabilität reinzubekommen, keine weiteren Abverkäufe. Und was ich auch wichtig finde, möglicherweise hier diesen Bereich um 33.000, 34.000 US-Dollar vielleicht wieder nach oben hin zu knacken. Warum, schauen wir uns jetzt auch mal an. Die 4 Stunden E-Mail-Ribbons momentan beim Monats S1. Der S2 wurde getestet. Trotzdem ist es wichtig, hier diesen Bereich wieder, sage ich mal, als Support zu finden. Auch weil wir hier drüben unsere letzten Lows haben. Also ihr seht es hier, wir hatten hier drüben unser Low, unseren WIG. Der war genau bei, was haben wir denn hier, 32.900 US-Dollar. Und das ist so die Zone, die ich gerne wieder zurückgeobert haben möchte. Also je nachdem, wie man das zielt. So, jetzt müsste es gerade sein. Heißt, kurzfristig, wichtig, dass wir hier drüber kommen. 32.900, 33.000 US-Dollar. Und dann uns hier wirklich stabilisieren. Und dann vielleicht mit neuen Anlaufen, neuen Schwungen nach oben hin durchballern. In Anführungszeichen durchballern. Also ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Das ist jetzt erstmal wichtig. Grundsätzlich wäre ich jetzt erstmal dafür, wir hätten erst einmal unseren Boden. Wir müssen dann gucken auf den kleineren Time-Flips. Ist nochmal ein ganz kurzer WIG unter 30k möglich. Ansonsten für den Tag wichtig. 32.900 US-Dollar, 33.000 US-Dollar. Das ist die Marke, die ich auf jeden Fall gerne zurückerobern möchte. Da dann Stabilität reinbringen. Und dann schauen wir weiter. Ansonsten schauen wir uns mal ganz kurz den Nasdaq an. Weil mir da gestern etwas aufgefallen ist. So, wir gehen jetzt in den Daily-Chart und machen noch so einen Indikator an. So, wartet. Was hier auffällig ist. Das habe ich gestern auch in die Telegram-Gruppe reingepostet. Wir haben hier den 800er MA. Haben hier noch ungefähr 1,4% Luft im Nasdaq, um diesen anzutesten. So, jetzt gehen wir einfach mal in die Vergangenheit. Also wir können uns mal Nasdaq angucken, korrekturmäßig. Schauen wir jetzt mal runter. Sind wir 30% korrigiert. Bärenmarktwerte für Indizes. So, jetzt beachtet mal diese Linie. Wir hatten hier unten einen Bounce. Das war im Dezember 2018. Dann der Corona-Crash. Sogar im Corona-Crash hat diese Linie gehalten. Jetzt befinden wir uns 1,4% daneben. Das heißt, wir haben nochmal auch bei den US-Indizes auch nochmal eine Marke zu knacken. Auch weil hier der S1 liegt. Also da ist schon viel Konfluenz, sage ich mal. Dass wir hier nochmal minimal runtergehen. Auch im Nasdaq. Und dann hier vielleicht instant aufgekauft werden. Wir haben auch viele Gaps darüber. Das ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Jetzt gehen wir mal ein bisschen in die Vergangenheit rein. Und schaut ihr mal. Immer wieder war diese 800er MMA im Nasdaq immer wieder Support. Bis auf die Finanzkrise. So. Die Frage ist jetzt. Wir hatten damals eine globale Finanzkrise. Immobilienblase etc. PP. War vorher immer Support. Dann waren wir drunter. So. Die Situation jetzt mit heute zu vergleichen, finde ich ein bisschen krass. Weil im Endeffekt. Klar, wir haben Krieg. Inflation etc. PP. Aber wir hatten. Wir haben keine riesen Krise. Seien ich jetzt mal. Immobilien, Indizes und sonst irgendwas. Deswegen gehe ich mal stark davon aus. Sollten wir hier diese Linie testen, sehen wir erstmal einen Reversal. Die Frage ist, wie stark wird dieses Reversal. Das werden wir dann sehen. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr wichtige Marke. Die wir auf jeden Fall im Auge behalten sollten. Deswegen mal ein kurzer Schweif auf die Indizes. Ist mir gestern einfach mal aufgefallen. Und hat bis jetzt immer sehr gut gepasst. Gut. So viel dazu würde ich sagen. Jetzt schauen wir trotzdem mal noch ganz kurz ein paar Altcoins an. Vor allem Luna. Also alle, die in Luna investiert sind. Erst einmal. Ich drücke es auch nicht Beileid. Aber ist halt ein bisschen scheiße gelaufen. Sag ich mal. Nachdem die gestern anscheinend ihre BTC entweder verliehen haben. Beziehungsweise verkauft haben. Das ist noch nicht ganz so raus. Hatten wir nochmal einen Drop auf 23 US Dollar. Also Luna bei 23 US Dollar ist schon heftig. Trotzdem. Wir haben diese Tiefs hier drüben abgegrast. Wir könnten sogar noch minimal drunter. Damit wir hier drüben dieses High noch. Aber ansonsten. Wir haben jetzt jegliche Art von Voids erstmal gefüllt. Wir haben das letzte Hoch angetestet. Bla bla bla. Ihr wisst was ich meine. Trotzdem. Ist einfach Vorsicht. Sag ich jetzt erstmal hier zu beachten bei Luna. Auch wenn wir hier jetzt innerhalb kürzester Zeit. Sag ich mal. Auch mal einen Reversal kriegen könnten. Also ihr seht. Dieser rasche Abverkauf. Könnt uns locker hier wieder Richtung 60 US Dollar bringen. Aber trotzdem. Ich gehe hier persönlich nicht rein. Aufgrund des was jetzt alles passiert ist. Die haben versucht ihren Stablecoin zu stabilisieren. Und so. Der ja auch abgekackt ist. Also hat nichts für mich mit Stable oder sonstiges zu tun. Deswegen für mich erstmal Abstand. Hoffen wir auf einen Reversal auf mindestens 60. Für alle die investiert sind. Hoffe ich das. Keine Ahnung wie man es ausspricht. Ich hoffe es auf jeden Fall. Für alle die darin investiert sind. Schauen wir uns doch die anderen Altcoins an. Vor allem Ripple und sowas. Bin ich ganz ehrlich. Ripple war einer meiner Coins. Die ich jetzt erst einmal nachgekauft habe. Ripple, FTM, Polkadot. Das waren jetzt die Coins. Die ich mir jetzt gesagt habe. Okay. Da steige ich jetzt mal ein. Vor allem weil ich Ripple relativ wenig investiert war. Habe ich jetzt doch mal einen Batzen reingemacht. Wird auf jeden Fall interessant. Wir kriegen hier Kaufvolumen. Erst einmal rein. Also die Candle ist auf jeden Fall schon mal höher. Also diese Verkaufs-Candle ist schon mal ganz gut. Trotzdem auch hier. Gleiches Spiel. Wir müssen hier auf jeden Fall über 0,54 US Dollar. Da dann uns stabilisieren. Und dann erstmal halten. Um dann den nächsten Pump zu gehen. Trotzdem. Unsicherheit in den Märkten. Traden momentan für mich Altcoins. Ich habe noch den PTC-Trade offen. Also wie gesagt. Den habe ich nach unten noch skaliert. Entry ist jetzt glaube ich 33k. Also der bleibt auf jeden Fall noch offen. Habe ich euch ja gesagt. Habe ich auf dem Laufenden. Der Rest ist. Zwei Trades habe ich noch offen. Die sind brachiale Minus mit 40%. Aber gut. Die waren Mini-Positionen. So ehrlich will ich zu euch sein. Die kann ich auch noch ein bisschen aufstocken. Ja. Ansonsten. Wer Spot nachkaufen will. Why not. Traden momentan. Vor allem Altcoins. Aber das habe ich schon die letzten Tage immer gesagt. Nehmt Finger weg von den Altcoins momentan. Das ist einfach besser. Auch wenn jetzt hier. Die Erholungen sind krass. Aber wenn wir manchmal sehen. Wie viel die teilweise verloren haben. Aber gut. Man soll kaufen. Wenn Blut auf den Straßen liegt. Why not. Schauen wir uns noch ganz kurz die News an. Gibt es keine. Deswegen zurück zu den Charts. Bleibt einfach entspannt. Regt euch nicht auf. Guckt nicht zu viel in euer Portfolio. Kann ich euch echt nur raten. Bewahrt einfach Ruhe. Es wird auch wieder langfristig wahrscheinlich nach oben gehen. Das ist jetzt. Wir müssen uns heute mal den Tag abwarten. Wie gesagt. 32.900. Das ist die Marke die wir auf jeden Fall halten sollten. Beziehungsweise wieder überbieten sollten. Und dann schauen wir weiter. Ansonsten gibt es wenig zu sagen. Wir hören uns auf jeden Fall morgen wieder. Lasst dem Video auf jeden Fall Like da. Auch wenn es heute ein bisschen nur Bitcoin spezifisch war. Und ein bisschen aktienlastig. Egal. Ist auch wichtig finde ich zu wissen. Auch für euch. Einfach mal um so ein bisschen. Weil wir sehr starke Korrelationen haben. Aber gut. Wie gesagt. Ich wünsche euch einen schönen entspannten Tag. Guckt nicht zu viel auf die Charts. Wenn es was gibt. Halte ich euch in der Telegram Gruppe auf den laufenden. Lasst dem Video ein Like da. Abonniert den Kanal. Um nichts mehr zu verpassen. Bis morgen. Und ciao ciao. Stay Crypto.